Hey Leute, willkommen zurück zu Mafia 3. Alles klar, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Auftragsziel. Wir haben jetzt Cassandra rekrutiert, das ist doch schon mal was. Was steht hier? Voodoo, Spells, Potions, Charms, Ritual, Books und Incense. Ja, hier glaubt man an Voodoo. Also zumindest wird das wohl in den Südstaaten immer noch so praktiziert. Oh, ich höre mal kurz eine Karre. Es wäre schön, wenn ich mein Auto wieder hätte, aber das ist leider passé. Oh, Dary Hollow, da geht sie jetzt. Oh, rede mit der Stimme. Ah, die Stimme, ja. Die Stimme ist James Earl Jones. Ja, tut mir leid, ich muss dich leider ein bisschen abwürgen, obwohl ich diese Radioshows richtig gut finde. Aha, die Stimme. Hi. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Das sieht mir aus wie Chef. Laveau, ist lange her. Du arbeitest jetzt für die Haitianer? Entweder das, oder du beugst dich diesen beschissenen Cajun-Ärschen. Und du weißt ja, mit Beugen hatte ich's noch nie so. Das kann man wohl so sagen. Cassandra hat angerufen. Sie sagt, du kümmerst dich um Perlers Laden. So ein Arsch namens Mörl schmeißt die Bude. Hat sie in den Puff verwandelt. Lässt weiße Typen rein und die dürfen dann mit unseren jungen Schwestern treiben, was sie wollen. Wie komm ich an ihn ran? Erstmal gar nicht. Die meisten von diesen Dixi-Wixern versuchen abzutauchen, damit ihnen keiner ne Kugel in den Arsch verpasst. Wenn ich ihm auf den Sack gehe, wird er schon aus seinem Loch kriechen. Hab ne Idee, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Er hält ein paar Mädels unter Verschluss im Obergeschoss von Perlers Laden. Nennt sie seine Vollblutpferdchen. Hat sie alle zugedröhnt mit irgendeiner Scheiße. Macht ne Menge Geld mit ihnen. Geh leise rein. Hol sie da raus. Das mach ich. Bis dann. Hey, tut mir leid, die Sache mit Sammy und Alice. Das waren gute Männer. Waren immer anständig zu mir. Warum geht er denn immer in der Steam-Overlay, wenn ich das nicht möchte? Okay. Läuft was Gutes im Radio. Ach, was sag ich denn? Oh, sorry, Lady. Oh, nein. Das war keine Absicht, Mann. Na, jetzt ist es zu spät. Ja, ich merke schon, dass Hollow... Lady. Ist nicht in Ordnung. Gerade hat jemand einen Autoclown im Hollow gemeldet. Weiß hat eine Einheit in dieses Gebiet. Wart doch mal vorbei und schaut euch das an. Kann man nicht mal ein Auto klauen. Als ehrlicher Bürger. Ne, also ihr seht schon, das ist sehr... Die Leute sind sehr aufmerksam, ne? Ah, der Waffenhändler. Warte mal, da werden wir mal reinschauen. Ich hab jetzt nicht so viel Geld. Aber es ist sehr praktisch, dass wir unseren eigenen mobilen Waffenhändler haben. Ja, was du hast. Jackie, verdammte Scheiße, was machst du denn hier? Ja, Jackie, den kennen wir wohl. Ah, hier seht ihr. Wir haben Sprengstoff, wir haben normale Waffen, wir haben Fahrzeugmodifikationen. Das können wir auch hier machen. Ah, verfügbar als Gefallen von Cassandra. Das kommt also noch. Nachschub, Adrenalinsprint. 600 Dollar. Kugelsicherer Weste kostet 3000. Das ist ein bisschen viel. Ich hab da nicht so viel Kohle, Mann. Ihr müsst doch ein bisschen netter zu euren Brüdern sein. Ach ja, aber davon hab ich ja schon erzählt, in der Preview, wenn man die Waffen hier einmal freigeschaltet hat, respektive die Verbesserungen, dann hat man sie immer. Und kann die einfach so austauschen. Kostet halt alles so viel. Nee, nee, das war es. Also fährst du mit dem Lasterwurm. Was ist mit deinem Laden? Die Regierung hat meine Laden wie ich gemacht. Sie wollen nicht das Läger Waffen kaufen. Sie haben wohl Angst, dass wir anfangen, den Weißbrotern das Hirn rauszupusten. Diese Motherfucker. Wem sagst du das? Melde dich, wenn du etwas siehst, was dir gefällt. Ja, wie du Motherfucker. Ich würde sagen, wir versuchen es mal im Hintereingang. Ob wir da irgendwie reinkommen. Hintertürchen, das gibt dem Ganzen eine ganz neue Bedeutung. Oha, da stehen sie schon. Ach verdammt, da komme ich schon mal nicht rein. Also der angerichtete Schaden ist übrigens auch darin zu berechnen, wenn wir jetzt Geld klauen hier drin. Wenn da Geld rumliegt und wir nehmen das mit. Psst, hey. Oh, Lady, hi. An alle Einheiten, Mr. Lavo hat mir gesagt, dass du kommst. Die Mädchen sind unten. Sei vorsichtig, Schmerzleute sind hier überall. Ach, ich danke. Oh ja. Ah, Vargas Gemälde in Delray Hollow. Äh, ne. Ich behalte meine Pistole. Obwohl... Na doch, ich behalte die Pistole, die hat mehr Schuss. Ich hätt gern was Schallgedämpftes. Das wär jetzt... Das wär viel praktischer. Arsch, die Schnauze. Ich komm mir vor wie in so einem Film von Tarantino. Also die N-Bomb wird hier sehr oft gedroppt irgendwie, ne. Es ist ja leise. Wir sollen leise sein. Wie mach ich das halt leise? Ist ja alles hübsch leise hier. Ich würd' sagen, ich hol mir das Geld später. Erstmal die Mädels befreien, ne. So muss nur, dass hier einer rumrennt. Könnt ich auf die andere Seite vielleicht? Oh, der unten kommt wieder raus. Schnell, 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 schnell. Die Waffe lasse ich mal lieber weg, sonst kriegt noch einer einen Anfall, weil ich hier mit gezogener Waffe rumlaufe. Hey, warte, wo willst du hin? Hey, Ladies. Ich hab keine Zeit für dich. Das ist ja kacken. Das ist aber eilig. Oh, ne, er muss schiffen. Hi. Oh, haha. Das war ein Einlauf. Jetzt, bam. Ruhe dich erstmal aus, genau. Hey, dir gefällt mir besser. So, Lady, ich hol dich mal hier raus, ja? Oh, Gott. Die, die, die wollten... Sobald du hier raus bist, geh zu Cassandra, ins pierced heart. Sie hilft dir. Someone here. I won't let this place break me down. One day at a time. But no doubt, I will see my family again. Ich lasse mich nicht von dem Ort hier fertig machen. Ich werde meine Familie eines Tages wiedersehen. Oh, die Arme. So. Peng. Sag's weiter. Jede Frau, die Hilfe braucht, soll ins pierced heart gehen. Danke. Danke dir. Das ist schon mies, ne, dass die hier zur Prostitution gezwungen werden. Finde ich nicht schön. Hey, du Arsch. Du hast ihn getötet. Du solltest sie alle töten. Jeden Einzelnen. Bepiss dich von hier. Jetzt. Tell Charlie, it's been a good week. Ronny sold around five grand worth of shit. And Gene bought around seven grand. Bought in, ne, brought in around seven grand. That ought to get Richie off your, off our asses. Ja, äh, sagt Charlie, dass es eine gute Woche war. Ron hat 5.000 reingebracht und Gene 7.000. Das sollte Richie von uns erstmal ein bisschen fernhalten. Okay. Läuft ja ganz gut. Die Frauen sind frei. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ein paar Arschgeigen verhauen, du. Ist hier einer? Sie sagte ja, ich soll sie ruhig alle töten. Das könnte ich gerne machen. Erstmal ein bisschen Geld ein-sacken. Auch 6.850. Wie gerne hätte ich eine schallgedämpfte Knarre. Na gut, Money brauche ich jetzt eigentlich weniger. Oh. Eine Flinte. Oh, der wurde ganz ruhig. Du musst es einfach sanfter angehen lassen. Wie soll ich das denn anstellen? Dieses verdammte Tier fühlt sich ja auf, als wäre ich schon. Schuld an seiner Heroin-Sucht. Ich muss ihn ja nicht gleich platt machen. Das muss man dem alten Nigger lassen, der das Hollow regiert hat. Der hatte seine Leute im Griff und hat nicht so viel Unruhe verbreitet. Wenn scheiß Richie bloß dasselbe täte. Also ich werde vor keinem Nigger buckeln. Nur um ein bisschen dope zu verticken. Wieso der Arschgeigen? Wisst ihr das? Richtige Arschgeigen. Aaaaaah. Schiff in the Kidney. Badegast-Gemälde. Badegast-Gemälde. Ich wollte schon sagen, wo ist denn der PC? Aber dann habe ich vergessen, wir sind ja 1968. Da gab es sowas noch nicht. Büro-PCs, ne? Okay, haben wir alles. Oder kann ich mir noch ein bisschen Geld hier einheimsen? Ansonsten würde ich sagen, wir hauen wieder ab, ha? Da liegt aber doch überall die Kohle rum. Das ist eigentlich eine Verschwendung. Das ist Ressourcenverschwendung. Ich gehe lieber oben lang und schnappe mir die Kerle. Das Ding ist, das sieht jetzt jeder, wenn ich da hingehe. Deswegen werde ich es nicht tun. Ich schaue mal, dass ich unten irgendwie da was reißen kann. Und ich finde es eigentlich auch schade, dass die Stimmen manchmal so leise sind. Hab aber auch vergessen, dass du hier geboren und aufgewachsen bist. Hm, vierte Generation. Und ganz im Ernst, der Laden, wo Mikey hingegangen ist, war goldrichtig. Da gab es Etuphie, wie bei Mutter. Ich wette, ihr Gambo war auch köstlich, ha? Oh Mann, ihr Gambo, ihr Jambalaya, rote Bohnen mit Reis. Meine Mama kann ums Verrecken nicht kochen. Konnte sie noch nie. Wahrscheinlich bist du deshalb so ein Knochengestell. Ja, aber alles hat ein richtiger Knochen, du. Tja, aber so läuft es halt mal im Business. Seid ihr nicht für mich, seid ihr gegen mich. Beim Pinkeln abgestochen. Das muss einer der unschönsten Tode ever sein, glaube ich. Viel Geld ist gut. Komm schon her. Ich will doch das Geld da haben, weißt du? Mutale Überwältigung. Ja, ja. Oh, warum mache ich das da mit der Knarre? Das wollte ich mit dem Messer machen. Das war bestimmt so, weil ich an der falschen Kante gekauert habe. Was ist bloß los mit dieser Welt? Weg hier! Oh mein Gott! Oh. Oh mein Gott! Diesen Motherfucker. Alle Mann in Deckung! Hä? Warum sehe ich da einen auf der Toilette sitzen? Der ist gar nicht da. Achso. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist wohl so eine Art Bug. Keine Ahnung. Ja, was haben wir denn hier? Wir kommen hier raus, wenn wir Mädels zusammenhalten. Einfach durchhalten. Geht gleich, Muttersöhnchen. Das reicht immer noch nicht. Hast du zum Schluss auch noch nicht gehört, ne? Sind sie denn? Ein Gott weg hier! Ja, würde ich aber auch mal sagen. Aber die Karren sind alles Schrott. Was ist denn hier noch? Gar nichts. Okay. Oah! Ach so! Ach so! Oah! Ach so! auch ist es schön die musik ist so schön ich möchte nicht reden währenddessen ich denke ihr versteht das oder vielleicht werde ich manchmal drüber quatschen aber nicht immer ich hab was für dich du bist so viel rumgerannt dass ich dachte ich mach dir das leben ein bisschen leichter damit kannst du verstärkung rufen und ich hab dich immer für ein herzloses arschloch gehalten daran scheiden sich die geister übrigens miss länkes da ist schon unterrichtet und kann loslegen coole sache so jetzt können wir so stets hallo und gerät das kann ich nämlich mit meinem funkgerät verstärkung rufen oder auch ein waffenhändler herbeizitieren das ist voll praktisch ja ja ist ja gut so jetzt kann ich hier die waffe auswählen das ist wohl mehr so für konsolenspiele gedacht oder den waffenhändler brauche ich jetzt aber nicht der hat nämlich so ein bisschen cooldown dauert eine zeit lang bis der wieder kommt jetzt keine schöne karre gibt es hier vielleicht so ein muscle car das da geht in die richtung von dem was ich mal hatte ne ach es ist traurig mein schönes muscle car reicht halt leider auch nicht dass wir hier den schaden angerichtet haben denn mehr ging leider nicht ihr habt gesehen ich habe ja fast alles eingesammelt an geld oder habe ich alles weiß ich nicht da muss noch mehr her du bist ein erfreulicher anblick ich weiß immer die mädels sind frei alter das war die hölle auf erden tut richtig weh wenn man sieht was diese scheiß hinterwäldler treiben sobald ich diesen jackson in die finger kriege ist das ding gelaufen merl hat im ganzen hollow zuhälter er setzt darauf dass die seine verluste wieder reinholen wenn du die umlegt wird dein club auf kreuz sehr gut komm zurück wenn du mit ihnen fertig bist ich kann dir bestätigen dass merl drüben im club ist die dixie patrouille so wo sind die denn da ist einer alles klar ja ja ich weiß das doch also die sind jetzt markiert naja wie gerne würde ich meine karre schon pimpen aber das ist ja leider nicht mehr so wie in mafia 2 dass man einfach in der garage fährt was geht was geht wow ich wollte gerade einpacken du arsch geht aber mhm da dreh ich halt Wenn ich das jetzt geschickt anstelle, soll es ziemlich flott gehen. Au! Hör mal auf Hilfe zu rufen, Mann. Macht man nicht. Oha. Ein Elektro-Teil. Ich komm hier lebend weg, du nicht. Oh, Schadenzumme erreicht. Gebt mir mal alle euer Geld jetzt. Ja, danke. Oh, der hat einen Sniper. Performing one night only. Aha. Miss Dorothy ist Queen of the Jungle. Adult only. Aha, aha. Ja, das ist... Die Tutorials müssen wir leider absolvieren. Danach wird es dann alles ein bisschen offener, denke ich. Cule Wurst. Wie kann ich nochmal das... Tut sie mir nicht weh, bitte. Bitte. Na komm. Fall doch das Maschinengewehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mit dem Fernrohr anvisieren kann. Da müsste ich mir die Tastenbelegung anschauen. Aber das ist... Fahre mal ein andermal. So, jetzt werde ich erstmal Bescheid geben, dass das erledigt ist. Man wird am Anfang doch noch sehr an die Hand genommen, was die Geschichte angeht. Aber dann nimmt das Spiel ganz schön Fahrt, auch wie ihr seht. Und wir können selber entscheiden, wo wir hingehen. Ach ja. Die Musik. Ich könnte den ganzen Tag im Auto sitzen und Musik hören. Das ist so schön. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen uns rechnen. An Giorgi und Macano, die Schweinebacken. Ja, ich möchte... Was? Wenn du, Anne... Ja, ja, ja. Geschäftsziele, wenn du... Ja, komm. Der liebe Murl ist dran. Die ganzen Motherfucker. Also die Karre hier, wenn es geht, werde ich die gerne behalten. Aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Ich glaube, wenn Lincoln Smart hätte, der wird den genauso fahren. Also... Ich glaube, das ist einer dieser schwarzen Scheißer, die Eier haben und wenn er uns her ist. Ich dachte, nach Sammy hätten sie es kapiert. Die Meter von hier wollen bloß zeigen, dass sie angepisst sind. Und die Momentsehigkeit von ihnen... Das gehört, der Typ ist nicht zu stoppen. Sinnlos, hier weiterzusuchen. Der ist auch nicht zu stoppen. Ich habe es noch zu... Auaah! Ich hole mir die ganzen Schweine. Na, hast du nicht gedacht, ne? Ich finde es leider ein bisschen blöd, dass die jetzt alle wieder hier sind, aber... Ja, das ist jetzt erstmal Murl. Die tauchen halt wieder auf, die Leute. Ich meine, das ist ein bisschen komisch. Oh mein Gott. Oh, oh. Da ist nicht. Du kannst ganz unberuhigt wieder... Ja, ne? Je schneller man das hier macht, desto besser eigentlich. Ja, ja. Ah! Genau! Ja, ja, ihr findet mich. Merkt ihr selbst, dass ihr keine Chance habt, ne? Gefährstgeschäftsbosse töten. Um ein Geschäft zu übernehmen, schalten sie seinen derzeitigen Boss aus. Ruf doch nach einem deiner Unterbosse an, damit er Verstärkung schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige Merle Trigger Jackson, um seinen Prostitutionsring zu sprengen. Ja, ja, noch einmal. Wie konnte ein verdammter Nigger unbekommener hier durchspazieren? Sag's mir. Wir finden dich, Schatzlutscher. Jetzt schaff's. Oh! Hey! Au! Schwein! Na? Mach jetzt mit dem Messer! Und? Was willst du machen, Nigger? Das! Ah! Ihn aufschlitzen! Beziehungsweise abstechen, das ist auch gut. Schwein! So! Pearls Nachtclub haben wir eingenommen. Screaming Semi? Aha! Was ist das denn? Äh, 30.000 Einkommen plus. Duvernels Wurfgeschoss zum Ablenken sorgt bei Abergläubischen für volle Unterhosen. Ach, das sind die Dinger. Na gut, äh, ich würd sagen, wir weisen uns Cassandra zu. So, Schätzchen. Hast du deinen Willen. Diese Redneck-Penner sind raus aus Pearlers Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Ritchie reagieren. Jawoll. Das Ding ist halt, das ist leider ein bisschen repetitiv, glaube ich. Man muss das öfter machen, solche Missionen. Naja, gehört halt dazu, nicht wahr? Ich komm mir grad ein bisschen vor wie in Saints Row. Die kommen hier mit ihren lilanen Karren an. Das ist schon ein bisschen ulkig, oder? Legs, Loves and Thrills. 1966, nach dem College fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging's dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Ähm, wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Die ganze Radio-Skala-Kippe, das nervt für uns. Ja, mein Club jetzt. Alles meins, alles meins. Was, Heroin? Oh nein, diese blöden Drogen. Die Gemeinde braucht diesen Ort, Mr. Clay. Aha. Screaming Semi. Benutze dich Screaming Semi, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschub erhältst du ab sofort bei deinem Waffenhändler. Hm. Das ist sehr lustig. Ja, ja. Einen Ort, an dem die Leute... Da unten, wie kann ich das... Achso, Y. Ah. Und T. Hä? Mit Y kann ich die jetzt unten durchschalten. Ich hab Mollis, ich hab die Semis und ich hab Handgranaten. Und übernimmst das in deinem Sound. Oder vielleicht hört einander, wie ich... Okay. Ich bin so nervös, ja. Am Ende ist alles ein Riesenmischmarsch. Wie Blut auf einem dreckigen Fußboden. Okay. Was redet ihr denn da alle? Alles gut. Fahren wir zum nächsten Auftrag. Und zwar Donovan. Der alte CIA-Man. Eigentlich sind wir noch sehr jung, aber... Die sind alle sehr locker lässig. Ich hoffe, dass J. Edgar Hoover noch drin vorkommt. Wow, der damalige Chef vom FBI und eigentlich der Chef des gesamten Geheimdienstes auch hier. Er war ja der Geheimdienst, sagen manche, ne? War J. Edgar Hoover nicht auch der, der sich manchmal als Frau verkleidet hat? Wow, der hat doch schon mal Frostdressing benutzt, um irgendwie Fall aufzulösen oder sowas. Na, keine Ahnung. So, ich mach's, wie ich Bock hab. Ich parg einfach mal auf dem Seitenstreifen. Ich darf das, glaub ich. Hey, das ist ja ne Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen? Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie-Kind Kate. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend rücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem, du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenn ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für du selbst, wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Baudot läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend zu laufen. Mhm, hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Uh. Aber wenn du mir ein paar auftreibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Und dann, wenn du mir ein paar auftreibst, kann ich dir die ganze Zeit abhören. bitte in verteilerkästen einzubauen brauchst du tl 49 sicherungen solche sicherungen sind ganz nur bordeaux verteilt so dass wir grafen fehler okay so ich euch mal kann man eben rüber ja und schießt euch tot ist okay stehen die einfach mal hier rum sag mal leute es ist stopp und nicht nie wieder fahren das wisst ihr lady zebrastreifen aber letzte woche hat ein kleines mädchen geboren das hallo gehört uns scheiße bloß nicht das geräusch kommt von einer dieser verfluchten was treibt vier finger da in der kirche drüben an der kirche gibt es jede art von drogen wenn ihr sie zerstört verliert der boss eine ganze menge muss solchen anwerben oder solchen töten danach gehört jetzt mir ich will euch abknallen das will ich aber ich mach das mal ohne knallen ich habe schon jemanden umgebracht mehrfach sogar heute okay die haben nichts mehr was ich will und deswegen gehe ich jetzt wieder wo ist mein auto das ist jetzt meins ja ich habe zwar geklaut aber ich habe es jetzt einfach mal so für mich kann ich aus dem stadt mit handbremse losfahren schade kein burnout geht da wird es lustig x gegner gestern in philadelphia die rede des präsidentschaftsanwärters das mache ich keine zeit dafür ich nehme mal immer die mollis oder nee warte noch besser ich nehme hier erstmal die puppe wir sind da eigentlich ich denke irgendwo rüber verdeckte annäherung durch eine verdeckte annäherung kannst du dich ungesehen an gegnern vorbeischleichen ja ich renne hier einfach durch da unten ist eine weste ihr habt ihr eine kugelsichere weste deponiert da drin die kostet normal so richtig asche coole sache ich habe eine kugelsichere weste das noch mehr geld alles gut sondern verbandskasten das ist gar nicht gut doch das ist super wo geht der denn hin warum läufst du ganz außen rum kumpel natürlich sieht er mich warum machst du das so kompliziert daneben war der eingang hey komm schon ich hab was für dich messerchen das ging flott einfach mal die kehle aufgeschlitzt 19 dollar du armer tropf du rin hat wieder einen braten in der röhre glückwunsch als ob ich noch ein bald bräuchte über das ich stolpere habe ihr gesagt sie soll die verdammte pille nehmen aber sie ist einfach zu katholisch weißt du was du solltest es machen wie ich und dem puff zum schuss kommen scheiße wäre wohl billiger gewesen wow aber wenn du rin das spitz gekriegt hätte hätte sie mir die eier abgeschnitten ja ja hast du das mit dem kind naja pech musst dir keine sorgen mehr drum machen wer war denn da lady ich hole dich gleich raus ja ist ein versprechen ich muss nur kurz hier knacken hey ladies ähm sonderziele sind bittarbeiter und einnahmequellen eines geschäfts eliminiere sie um diesen geschäften zu schaden ja risiko und gewinn babbidi babbidi buh seid ihr alle nackt naja sie haben noch unterwäsche an aber warum sind ja ich immer nackt in solchen geschäften kennt sich da jemand aus der koppel das war die lady in ruhe tut mir leid tut mir leid hahaha ja mir tut es auch leid so 4 von 4 Vargas Gemälde super wäre ich da für einen bonus oder war ne bow down to dixie ok so kompels ich zeige ich mal was jetzt alle eure kisten kaputt hey macht ihr schon wieder solche geräusche ja ist ok kommt nur her kommt ihr nochmal her ist gut was hat er im geld gelegen verstehe ich nicht aber gut auch ist ok gott das wars doch 7.000 5.900 muss ich immer noch an schaden anrichten das ist ja unglaublich soll ich das denn machen das sind ja gar keine arschbacken mehr da die ich töten kann hey ihr arschbacken da ist noch geld das ist geld da ist das geld ist hier sonst noch was da ist noch ein gebäude oh noch mehr geld naja also wenn das hier eine verbrecherorganisation ist dann weiß ich ja auch nicht oh da ist noch mehr wie haben die so lange überleben können wenn man da einfach so reinmarschieren und alle kalt machen kann frage ich mich alter schwirr ich hab schon 13.000 dollar in der brieftasche ich sollte vielleicht mal langsam zurück ins revier also in sammys alte bar und dort was abladen aber andererseits die stellen sich auch nicht alle sehr clever dabei an mich umzubringen ach naja je nachdem wie alt er ist und wie alt sie ist ich meine wenn er eine tochter von 20 hat dann ist das voll ok ok doch so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Frage ist, was sammle ich und wo ist es? Bin ich denn hier? Was ist das für ein Ort? Hallo. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber ich bin gleich wieder weg. Aha. Ein Hot Rod Magazin. Ah, cool. Für die Motor Fans. Wir müssen verflucht nochmal aufwachen. Wow, ich hätte einfach hier rein und raus. Oh Mann. Egal. Schloss knacken, das macht ja Spaß, ne? Oh. Eine frische Karre. Ne. Obwohl die auch sehr schick aussieht, ne? Oh. Da hat wüsste. Kommen wir gleich. richten wir noch mal den letzten schaden also die haare bist du denn was bist du den füßen weißt du hobbits immer diese hobbits unbefugtes betreten ich darf betreten wo ich will ja 670 dollar jetzt nicht die bullen tötungsdelikt ich habe niemanden getötet ja ich habe lediglich einem auf die fresse gehauen ist was anderes nicht gleich schießen kinder ich habe was vor wie viele sind denn hier und da muss ich leider schon daraus ach ja so daneben ist noch was zum abhören das hole ich mir natürlich was wachposten sind gegner die versteigerung aber ja ja was wird deine mutter denken wenn sie das jetzt hört menschen hey freundchen los geht's ihr schluchte weißt du der sieht dass ich da was am machen will ich geh doch schon wieder und ihr wisstet was ich jetzt gleich mache ich werde einen kumpel hier töten an alle einheiten suche nach verdächtigen wird eingestellt ich wiederhole suche einstellen und streifendienst fortsetzen das ist vernünftig ich habe überhaupt nichts das ist nicht dein revier ich werde neuen kumpel töten ich gehe ja schon so seht ihr wie einfach das ist oder ein vollidioten kumpel abgeschlachtet aber das war es mit dem heroinhandel hallo sagt er sogar hi ich spinne doch ach schön jetzt hau mal ab hier das blaue hier oh was ist das blaue ist neu gucken wir uns mal ganz kurz an das kenne ich noch gar nicht was kann man denn hier machen oh ouch ach guck mal das ist doch die suppenküche eine platte this is clarence carter oh ja kenne ich mir fällt gerade nur das lied nicht an dass ich kenne oder kenne ich weiß ich gar nicht oh falsche straßenseite parken es gibt ein ticket aber hier nicht und wenn ist es mir egal wenn du annimmst ja 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 komm ja ich habe den alten charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler bursche eher einer von den freundlichen sanften hinterweltlern und wie es der zufall so will ist seine frau gute hoffnung in so einer situation ist es einem egal für wen man arbeitet hauptsache man überlebt der arme trottel wird ganz sentimental wenn die beiden über namen reden sie sind jetzt irgendwo zwischen buzifes und thomas lee auf jeden fall haben seine leute die kirche abgeriegelt das sind alles typen die handeln eher nach dem hinterweltler motto tötet sie der herr wird die seien schon erkennen wenn du die charlie vorknappst tut er aber ohne großes theater was ihm gesagt wird seine infos sind auf dem neuesten stand gehst du zurück ins motel erst muss ich was essen wir sehen uns dann wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen arschlöchern mhm der vollstrecker erledige ihn damit der boss einen teil der kontrolle über sein geschäft verliert ja dann kümmern wir uns mal um vollstrecker wow hat er gerade eine frau angefahren oder tot gefahren die die sogar noch über die straße lief naja charlie charlie kinky denk daran dass du vor kurzem die kirche und das dortige heroin geschäft verwandt hast da hast du nun die wahl entweder bis den bisherigen boss umzulegen was dir schnell geld bringt oder ihn anzuwerben was auf längere sicht den ertrag deines geschäfts erhöht hä gar nicht wenn ich ihn verschwone gab es 1000 und wenn ich ihn getötet habe gab es 500 oder nicht ach was wusste ich mal gucken hier komme ich gar nicht rein ich muss wirklich durch die kirche gehen oh man dann schauen wir doch mal ob ich das recht ungesehen erledigen kann hab richard gesagt er soll charlie das heroin nicht anvertrauen aber er hat darauf zu danken wär ja charlis vater schuldig oder so'n scheiß charlie ist nicht halb so viel wert wie sein vater es war verdammt wenn der nigger seine fresse hier zeigt kümmern wir uns um ihn und danach kümmern wir uns um charlie ja ist ok mach dir das mal ja oh da ist aber alles voll mit wachen hier vielleicht irgendwie einsteigen es sieht nicht danach aus verdammt ich muss irgendwie vorne reinkommen und dann oh je ich muss durch das ganze hauptgebäude hier durch das wird ja spaßig also quasi so wie ich es schon mal gemacht habe was denkst du macht georgie wenn er merkt dass all seine dealer überfall werden richie wird er auf jeden fall töten und vermutlich auch charlie und murl ach scheiße bis dazu kommt mach ich mich dünn in den sumpfen da draußen wird mich georgie niemals finden charlie hat alle jungs zusammengerufen der weiß nicht was er machen soll ich weiß wer verstecken und warten bis der nigger kommt ahhh schlitz wir haben all diese flinten hier habt ihr euch schon auf einen namen geeinigt ich dachte an thomas lee nach meinem vater ja das hat was wenn die scheiße dass wir dauernd angegriffen werden nicht aufhört wird mein sohn am ende irgendwie anders genannt nee dazu kommt es nicht die jungs passen schon auf wirst sehen ich hole mir Deckung ach anwerben oder? ja komm da hier tausend sofort töten und anwerben zu geschäft zweitausend was soll das? arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug um deine kinder groß zu ziehen okay klare sache was immer ihr wollt das ist gut charlie wirklich gut tja charlie hast du gut entschieden ich weiß ja nicht drogen da wollte ich nichts mit zu tun haben hey schon wieder 30.000 cassandra zuweisen natürlich oh büchsenmacher präzision john baptiste überarbeitet die zielvorrichtung deiner waffen so dass deine präzision verbessert wird ah perfekt schick deine jungs zur first baptist church wir haben uns die redneck wichser vorgenommen ich schicke sofort ein paar männer rüber und danke na klar hauptsache wir bekommen unsere rache darum geht es ja auch das ist schon ganz schön fies was hier alles für unschöne sachen genutzt wird ne kirche, ne suppenküche na gut bordelle da ist wahrscheinlich immer bisschen kriminalität mit bei nennen sie ihren namen bitte fürs protokoll donovan john mr donovan sie wissen dass sie durch ihr erscheinen vor diesem komitee auf ihre verfassungsmäßigen rechte hinsichtlich rechtsberatung und selbstbeschuldigung verzichten sicher und sie bestätigen weiterhin dass sie mit ihrem erscheinen vor diesem komitee damit einverstanden sind dass absolut alle informationen bezüglich der ereignisse in new bordeaux im sommer und herbst 1968 öffentlich werden sonst würde ich hier nicht sitzen sie waren agent bei der central intelligence agency von 1953 bis 69 ist das korrekt das ist richtig wann kamen sie nach vietnam das war im august 61 bitte erzählen sie vor diesem ausschuss was sie damals alles so getrieben haben in vietnam also zuerst war ich ein paar monate in saigon danach versetzte man mich auf eine basis des special activities division in laos wir bewaffneten und trainierten die hmong und ließen sie dann auf die nva los die hat waffen über den ho chi min fahrt geschmuggelt und sie arbeiteten mit lincoln clay an dem was später das phoenix programm hieß lincoln leitete etwa ein jahr eine eigene aufklärungseinheit wir haben in vietnam feindliche stellungen aufgespürt und den gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört wenn ich daran zurückdenke oh mein gott sie haben ja nicht was wir mit den wichsern alles angestellt haben nicht schön darüber macht man keine witze finde ich ok leute das war's für diesen part ich danke euch sehr fürs ich danke euch fürs zusehen wollte ich sagen aber die typen haben anscheinend noch andere sachen im sinn ja wir sehen uns wieder zu mafia 3 ich freue mich drauf wie es weiter geht bis